Wer dafür verantwortlich ist, dass gedruckte Information und Unterhaltung unter die Leute gebracht werden, der muss aufgeweckt sein, früh aufstehen und sich neue Wege zu den Zielgruppen erschließen. Das Presse Piaggio bringt die gedruckten Neuigkeiten direkt ans Werktor. Ein breites Sortiment und für jeden ist das Richtige dabei. Man hat die Neuigkeiten direkt vor Ort und man braucht nicht überall gucken, man hat hier die Auswahl. Ich finde das ideal. Das Konzept heißt Mobilität. Mit dem Presse Piaggio kommt die Pressevielfalt direkt zum Kunden. Das rote Dreirad sorgt für überall Erhältlichkeit und schließt die Lücken in der Versorgung. Leerorte werden kompensiert und das Piaggio wird auch zur aktiven Unterstützung bei der Mikromarktbearbeitung eingesetzt. Ob es um Kochen, Garten oder um Themen rund ums Kind geht. Das rote Dreirad ist vielseitig und flexibel einsetzbar. Es kann Themen aufgreifen und Eventveranstaltungen dadurch aufwerten. Ja, das finde ich eine tolle Idee, um die Kinder so ans Lesen ranzuführen. Sehr interessant, vor allem auch mal, wie es verschiedene Doktorfone gibt. Unser Piaggio. Ein Gewinn für jedes Event. Auch bei öffentlichen Großveranstaltungen ist das Dreirad ein perfektes Promotion-Instrument. Das rote Dreirad ist schnell vor Ort, braucht kaum Platz und ist in Windeseile aufgebaut. Ein echter Blickfang, der die Vielfalt der Presselandschaft sympathisch in Szene setzt. Tolle Idee, du hast sowas noch nie gesehen. Bin begeistert davon. Müsste öfter sein. Unser Piaggio. Hier dreht sich alles um überzeugende Promotion und aktive Verkaufsförderung, ohne dass man Klimmzüge machen muss. Eingebunden in ein attraktives Erlebnisumfeld, hilft das Piaggio, Kunden und Interessenten zu aktivieren und das Verkaufsergebnis zu verbessern. Ich bin überrascht, dass es das gibt, aber ich finde es klasse. Ja, große Auswahl. Doch, gefällt mir. Es eröffnet neue Perspektiven, schafft Kaufanreize und verstärkt durch diese Form konkreter Verkaufsförderung die Nachfrage beim Händler vor Ort. Das rote Dreirad nutzt Standortvorteile variabel und macht deshalb auch an den zentralen Punkten urbaner Vitalität eine gute Figur. Unser Piaggio. Tag für Tag. Unterwegs zum Kunden. Was? Ist der schöne Film schon zu Ende? Oh Mannaggia! Dabei ist eine gute Idee! Kommt keiner zur Zeitung, kommt Zeitung zum Kunden. Sentite ihr Ronzio de la Perossa? Die rote Biene zummt! Säine hin zur Wahl! quelquesINO eerste Säine hin zur Wand